Beim E-Bike kommen Ketten und Nabenschaltungen zum Einsatz. Was da jetzt besser ist, ist am Einsatzzweck abhängig. Für ein Stadtrad macht es durchaus Sinn, eine Nabenschaltung zu haben mit zwei, drei Gängen, vielleicht fünf Gängen. Das ist vollkommen ausreichend. Das Robusta ist auch nicht zuletzt günstiger. Mit einem starken Motor wie mit unserem TQ-HPR 120 kann man sich sogar vorstellen, ein komplettes Senior Speed Bike zu bauen, was natürlich sehr stylisch ist und auch ein super robustes Konzept ist, da hast du überhaupt keine Schaltung, da brauchst du überhaupt nichts warten oder einstellen, außer die Kette mit ein paar Tropfen Öl zu versorgen. Aber in einem Mountainbike sind Kettenschaltungen schon ganz klar gesetzt. Da möchte man sehr viele Gänge haben, da möchte man hohe Schaltperformance haben. Das heißt auch unter Last, während man bergauf fährt, auch schalten können. Und da ist es auch einfach wichtig, dass das Ganze leicht ist und gut funktioniert. Und da hat sich die Kettenschaltung einfach seit vielen Jahren durchgesetzt. Was die Wirkungsgrade angeht, kann man auch noch streiten. Also eine Nabenschaltung hat grundsätzlich einen schlechteren Wirkungsgrad. Das heißt, das, was du vorne mit deinen Beinen und mit dem Elektromotor an Energie reinsteckst, kommt nicht so gut am Hinterrad an. Das werden die meisten Leute aber in ihrer Anwendung gar nicht bemerken und wissen vielleicht die Vorteile von einer robusten Nabenschaltung dann in ihrem Einsatzzweck mehr zu schätzen. Grundsätzlich, wie benutzt du die Schaltung richtig? Gerade bei einer Kettenschaltung kannst du viel falsch machen. Das heißt, du kannst steiler Berg, du trittst mit aller Kraft rein, der Motor unterstützt mit aller Kraft und dann schaltest du mehrere Gänge auf einmal. Das ist für die Kette der größte Stress, den du ihr antun kannst. Die steht dann sehr schräg und wird dann richtig gequält. Das macht sich ein paar mehr mit, aber irgendwann bestraft sie das und dann hast du einen viel höheren Verschleiß oder die Kette kann sogar reißen. Das ist nicht ein Thema, was nur auf E-Bikes bezogen ist. Das kann dir bei einem Mountainbike ganz genauso passieren, weil deine Beine bringen immer noch viel mehr Kraft auf als jeder E-Bike-Motor. Es ist aber so, dass grundsätzlich fährst du bei einem E-Bike mit mehr Unterstützung und da hat man einfach, wenn man schlecht schaltet, schon einen etwas höheren Verschleiß. Vielen Dank.